Juhu lieben, zu schabaut, damit hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, besser gesagt zu einem neuen Projekt und zwar zu Minecraft Last und ja, ich habe mir direkt einen lieben Flo Fluffix an meine Seite geholt Ich weiß gar nicht wie laut du bist, das ist sehr belastend, aber ich denke mal es passt So, und zwar Leute ist Minecraft Last ein Vanilla Projekt Based on Craft Attack so, im Prinzip mit ganz vielen anderen Newton Ich weiß noch nicht, ob ich alle in die Beschreibung packen kann Es ist, je nachdem ob wir schon diese Liste haben, aber ich glaube bis jetzt haben wir sie noch nicht so und ich hoffe jetzt einfach mein Minecraft Streikt nicht und will das einfach mit Texture Pack akzeptieren weil wir nicht, wäre das sehr belastend Ja, wir sehen uns einfach, wenn ich auf dem Server gejoint bin So, okay, wir sind auf jeden Fall auf dem Server drauf Ja Leute, und wir holen jetzt an Rymniss einmal vom Spawn ab Wir machen einfach Slay Spawn und dann gehen wir mal zu ihm So, wir haben hier so richtig keine Deck, Alter, wenn man hier hoch geht Boah, Alter Leute, ihr seht doch schon Was? Das hat grad bei mir schon ein bisschen gerochelt, muss ich ehrlich sagen So, und nehmen wir hier was raus Hä, wo ist die Elytra? Oha, sieht die bei mir hässlich aus Warum ist das so eine andere Ordnung bei dem Dirt? Was soll denn das jetzt? So, kann ich die hier einfach direkt anziehen, lol Also irgendwie sieht das bei mir alles hier ein bisschen komisch aus So, äh So, wo, wo, was machen wir denn jetzt eigentlich hier? Ja erstmal gehen wir zu meinem Haus Was? Wenn du mal hier guckst, dann siehst du mal das ganz Fette da hinten Hä, dieses riesige, ne das ist doch nicht dein Haus Nein, das dahinter, das dahinter Was? Wo denn? Ich sehe gar nichts Daneben, da Das mit dem Helden Achso, meine Sichtweite ist einfach ein bisschen zu weit unten So Mal hinfliegen Ach der Oh nein Ich hab die Ich lerne Ich lerne einfach mal auf die Äh, Aua Aua Also was soll denn das jetzt hier? Äh, ja Ist das jetzt alles dein Haus, oder? Ja, das ist alles mein Haus und ich, äh, arbeite mit Tod Schon ein bisschen zusammen Der ist hier drüben Achso Diese Brücke, die auch gebaut Und ich hätte jetzt vor mit dir einmal ganz kurz ein bisschen, äh, ein bisschen Stein zu farmen Stein? Ich will aber kein Stein farmen Spinnst du hier jetzt? Spinnst du 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 jetzt? Hey Hä Soll ich jetzt mit dir stecken? Also ich muss ehrlich sagen Alter Okay, jetzt hab ich grad ein bisschen Das ist ja so, das ist ja so ein gefährliches Leben bei mir Was ist denn das hier? Boah, ich glaub ich bau mir Ne, stimmt, ich wollte mir ein Quarzhaus bauen und keine riesen Bauhaus Wo ist denn hier Ja, fangen wir jetzt auch mal an Wo ist denn hier die Stadt ungefähr, oder? Ist das hier schon die Stadt? Da ist die Stadtmitte, da wo dieser ganz große Strich ist, das ist der Spawn, und hier rum wollten wir alle bauen und wir wollten halt ein friedliches Leben hier führen, ohne Krieg. Also stopp. Und zwar Leute, haben wir uns direkt Gedanken gemacht und wir wollen eine eigene Gilde gründen, Flo und ich. Nur wir sind uns noch über den Namen streitig, aber wir glauben wir nennen uns die Gemeinde. Wir nennen uns die Gemeinde. Oh Leute, ich glaub ich hol mal das Texture. By the way, das Projekt hier wird vom Verschlafen geleitet, ich bin hier, sag ich mal nur der Developer, deswegen hab ich auch den Leiterrang hier, mit Verschlafen zusammen. Und ich sorg dafür, dass das hier läuft und ja, dass keine Scheiße gemacht wird. Falls ihr es feiert, könnt ihr auf jeden Fall schon mal ein Abo dalassen. Ja, ich wollte grad mein Texture-Pick raustun, weil es grad ein bisschen ruckelt. Ja, jetzt häng ich wieder hier irgendwo am Arsch. Und dann alles stopp. Wirklich geil kann hier alles sein. Und ja. Achso, und by the way, ich wollte nochmal ankündigen. Bald wird bei mir bald ein 4 Stunden-Leisting kommen, mit Meistergamer und Ben Julian wahrscheinlich zusammen. Könnt ihr auf jeden Fall mal ein Abo dalassen, falls ihr ihn nicht verpassen wollt, weil der wird echt mega geil. Also, da haben wir schon sehr viel geplant, so. Und Rimm ist das natürlich ausgeladen. Also, das wird noch besser dann. Oha, oh, oh. Mach ich hier die ganze Zeit irgendwas? Ey! Und hier hab ich meine Finger grad nicht im Griff, so. Bei mir wird es wahrscheinlich auch Streams geben, aber halt nur zum Farmen, weil man teilweise ja viel farmen muss, dass man ein bisschen Zeug hat. Und dann farmen wir ein bisschen Items und so weiter, dass ich das nicht in den Folgen machen muss. Also, das auf die Plattform da vorne, die gefällt mir nicht so. Ich hätte... Oh! Oh! Also, ich würde gerne auf einem großen Berg bauen, aber ich weiß leider nicht wo. Also, ich plane dort hinten, Leute. Seht ihr das? Aber ich weiß noch nicht, ob das zu weit von der Stadt weg ist. Keine Ahnung. Mann! Ich hol mir mal eine Elytra. Hier waren mal mehr drin, hab ich das Gefühl. So. Zack. Da ist direkt einer. Was wir auch mal in einem Livestream machen könnten, wäre, Leute, so ein riesiger Weg, da hier irgendwie alle diese Häuser hier miteinander verbindet. Aber keine Ahnung. So. Zack. Zack. Äh. Stimmt, ich hab den Holz verloren, ne? Wo, 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 wo liegt denn das? Äh. Uh. Alter, ich liebe diese Elytra irgendwie. Auf dem Dach sind, auf dem Dach sind Monster gespawnt. Irgendwie. Auf meinen Dach? Ja, ja. Die lieben dich da irgendwie nicht so aus. Das passiert mal, das passiert mal, ne? Also. Okay. Bei mir ist der Tag der offenen Tür momentan. Tag der offenen Tür, okay. Stopp. Ey, warum häng ich hier in so einem kleinen Loch? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich fürs erste Mal bei dir einquartieren muss, solange, bis ich mir was leisten kann. Haben wir schon ein Nether-Portal? Ähm, das weiß ich nicht. Irgendeiner hat bestimmt schon ein Nether-Portal. Weil ich hab so mitgegeben, dass irgendwie Leute von solchen Monstern getötet wurden in der Nether. Weil das ist ein bisschen blöd, wenn ich jetzt auch eins baue und dann, da kommt man da und da raus, das ist scheiße. Muss nur gucken, wo bin ich denn jetzt gestorben? Wo bin ich denn jetzt gestorben? Lol. Hallo? Oh. Weiß ich nicht. Scheiße. Die Skelette, die drücken hier schon ein bisschen rein, so. Ich geh mal hier nach oben. Kleinen Sweater-Trieb. Digga. So. Hier machen wir unsere Rumpelkammer. Rimmis, du kannst uns erstmal bei mir in den zweiten Stock rein, wenn du willst. In den zweiten Stock? Da kann ich bis erstmal einziehen. Ja, hier oben. Genau. Hier oben kannst du dann erstmal ein bisschen mit einnesten. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hab dein Holz verloren. Und ich hab kein Material mehr, um hier oben zu bauen. Naja, ich gucke mal, ob ich hier da wirklich was machen könnte. Wir bauen aber mit Eifenholz. Hattet jetzt vor, das mit dem zweiten Stockteil. Ja, aber... Ja, deswegen, ja. Ich hab ja dein Eifenholz. Was ist denn das jetzt hier? Oh, oh. Warte mal, frag mal. Hast du Holz? Al... Tchuch... Chiii... Holzzeugen. Da wix? Ja. Ja, hm. Ich glaub ich... Oh, ha. Toll schwirr von mir. Also... Hast du Holz, Bruder? Ich brauche Holz. Unbedingt. Du brauchst doch. Du brauchst doch. Quarz, oder? Und brauchst du jetzt Quarz? Was verheimlichst du mir? Das bedeutet Krieg. Oh. Digga. Oh. Danke. Ehrenmann allererst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Quarz gegeben. Ehrenbruder. Hast du Holz? Digga, sagt Nope. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn die... Wenn die Gemeinde hier ihren Sturm startet, wird er der Erste... Äh... Werden das jetzt gesagt? Wir brauchen aber unbedingt noch so ein... So ein Gemeindehaus. Aber ich weiß nicht, wo hast du Essen? Ich hab... Ah, ja. Ich hab hier ein bisschen... Ja, aber nimm dir bitte nicht alles. Nimm dir nur irgendwie die Hälfte davon am besten oder so. Weiß ich das ab. Vielleicht nehmen wir erstmal ein bisschen was hier. So. Zack, 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 zack. 200 CPS. Du kannst ja ein bisschen Stein farmen gehen, wenn du möchtest. Stein? Ja. Das ist aber nicht so spannend. Bisschen Stein farmen, du kannst ein bisschen auf Erkundungsmission gehen, Baby. Weiß Bescheid. Das ist so spannend. Okay. Jetzt reicht's nur also. Aua. Ja. Ich, ich, ich... Ich weiß nicht. 100 CPS. Puff! Ach so Holz, Mann! Ich brauch... Ich, ich... Ich muss hier jedes Mal schreien. 200 CPS. Jürge. Es ist verschla... Also Leute. 200 TPS ist verschlafen. Er hat sich nur umbenannt. Zu einer Zeit, in der Krieg keine Rolle gespielt hat. Oh, er gibt mir auch mal ein bisschen Glas, also das ist ehrenmann. und fackeln gibt es immer auch also ich glaube ich habe jetzt original ich habe ich habe 13 holzmann sicher ich kann mir hier in diesem kleinen zimmer hier kann ich mir meine bude einrichten nicht viel soll ich holen so ich will ich brauche ein bisschen was hier frei gelassen ich dachte wir bauen jetzt mit eichen das ist kein eichenholz ich hoffe ich habe gefragt dass er holz holen soll wenn er das holz holt dann holt er das andere aber das sieht ja scheiße aus wenn ein ton hier oder andere so ich muss ehrlich sagen jetzt komplett durch ist so ich brauche mal ich brauche fenster da hast du eine schöne aussicht um ihn zu stalken was ist denn das für ein riesen fenster was soll das hier ich mach mir jetzt mit toji einen schönen abend also der ist irgendwie jetzt weggelaufen ich glaube der wollte keinen nicht so gerne einen schönen abend haben ich gehe jetzt mal weg hier so zack wo bleibt denn der vor schlafen der wollte doch zack hast du eigentlich gar kein holz mehr muss mir nämlich ein paar werkzeuge craften ich habe noch fünf stecks in meinem inventar ja aber ich nehme jetzt ganz dreist einfach zwei kisten von dir und die packe ich dann nach oben ich weiß kaum ich mag schon mein fenster hier oben also das gibt mir schon ein gefühl von freiheit wo bleibt denn jetzt verschlafen endlich ich weiß es nicht zack ich freue mich auf unsere schwulen wg äh äh ooooh so warte mal ich muss kurz gucken wo packen wir am besten das gemeindehaus hin müssen das irgendwo hinpacken so richtig fett in die mitte oder wir packen die so in den untergrund oder in so einem berg versuch mein haus anzuzinten oder in so einem berg rein leute weil wenn die auch Toach versucht gerade mein haus anzuzinten irgendwie äh lol was macht denn der der spinnt hehehe digga was ist denn hier los ich gehe mal kurz auf wanderschaft auf wanderschaft ok ja ich will mal ganz kurz ein bisschen oh scheiße ich habe vergessen ah egal ich habe noch oh ich habe jetzt irgendwie schon wieder ein stack eisen von Toach bekommen irgendwie ich habe das Gefühl er will mal ein bisschen Eier lutschen äh äh schno sooo zack oha ich muss auch mal ein bisschen oha hier hat auch jemand gebaut lol als ob er so weit außerhalb der Map baut ja lol alter aua hat wie ein Amboss also als ich ihn nach Holz gefragt habe hat das mir nicht gegeben ich muss ich habe 8 Amboss muss ich dir ehrlich sagen die habe ich alle in meinem Schweizer was sind die 8 Amboss in meinem Schweizer Bunker habe ich die versteckt da lagere ich 80% alle in meiner Arborste wo ein Thread wohnt achso achso meint da gerade die Person er meint Thread 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 zu behindern so Leute wir richten uns hier mal einfach ein bisschen ein bisschen schön ein bisschen schön richten wir uns ein in der Werkbank hier ja ich mache gleich den ich mache gleich den Boden von dir weiter also den Boden von dir weiter fertig was heißt fertig der ist fertig ne ne der ist ja noch nicht ganz ausgebaut mir scheißegal hier kommt jetzt Eiche hin ne Birke nein seit wann heißt das eigentlich Birke seit wann heißt das eigentlich Birke immer glaube ich also in der 1.8er sind noch Eiche so zack siehst du das hier gehst du rein alter alles mit Birke voll warte mal hast du hier noch Kobbel jetzt muss ich auch noch Kobbel abbauen gehen also wir wir farmen hier auch stopp alter und Leute btw die Videos von Minecraft Lars werde ich fast uncut machen also nur die richtig langweiligen stellen werde ich raus cutten da es einfach so ist ich möchte ja keine Sachen hier entgehen lassen und wahrscheinlich sind die ersten Folgen immer die langweiligsten aber das ist glaube ich immer so das ist immer so erstmal alles aufbauen und so Leute bei mir auch so wir fahren hier ein bisschen gucken dass wir hier alles aufbauen aber dann Leute versprochen wenn es einmal richtig los geht dann wird das alles hier richtig geil bei mir wird es auch so sein das Gefühl ich habe das größte Haus von allem glaube ich also bei mir werden die Folgen auch fast ankert sein aber und die Folgen kommen also meine Videos kommen trotzdem jetzt noch jeden zweiten Tag das heißt dann das ein Tag Pause dann kommt ein geschnittenes Video dann ein Tag Pause dann kommt Last so und keine Sorge dass halt Last nicht zu kurz kommt wird halt dann zwischendurch immer wie heißt es gestreamt dass ihr dann immer noch auf den Stand der Dinge seid und die Streams bleiben auch online dass ihr euch die anschauen könnt oder ich mach bestoffs draus ich weiß nicht aber auf jeden Fall wird es eine Möglichkeit geben dass ihr dann immer auf dem Laufenden bleibt so mach mal hier jetzt zu das ist aus okay gut ich habe jetzt deinen Boden hier oben ein bisschen fertig gemacht also ich hätte gerne meine Birke zurück muss ich dir ehrlich sagen irgendwie habe ich das Gefühl dann in deinem oben ist es ein bisschen eng habe ich das Gefühl irgendwie also ich muss dir ehrlich sagen ich mags eng stopp oh hier bei dir im Werk ist Kohle drin das nehme ich direkt mit so ganz schnorrerartig baue ich mich einfach in den Werk rein und in die Kohle ey baust du ich höre dich ja ich baue hier gerade Kohle ab er baut einfach unter der Brücke durch den Wixler so so mache ich dann hier zu mit diesen einem Ohr dass die Brücke nicht instabiliert wird die Brücke die Brücke kriege ich auseinander ich sag's dir ja also ich glaube auch dass die Brücke los ist dann kommt Tosch mit seinem Eisen dann kommt Tosch mit seinem Eisen dann kommt Tosch mit seinem Anschluss und tüttet dich erstmal also musst du ganz ehrlich sagen ich bin der Profi so boah alter meine Folge hat gleich 17 Minuten so hier remiss hier remiss was haben wir was hast du Eisen oh 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 warte ich geh jetzt direkt in mein Zimmer hoch was ist mein Zimmer also ähm ist es hier oben hell genug ich mags dunkel äh hast du noch Stein gerade ja ich hab 30 nein lieber mal bitte wollen sie jetzt bei mir schnurren ja dann bauen wir mal hier diese Leinen lang ja wie die mir was mag das auch sehen wir nochmal hier so lang bauen mit Stein so bo 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 hä warum hast du das gemacht wer weiß ob vielleicht hier noch eine Etage reinkommt boah scheiße genau noch eine Etage aller ja ja dann bin ich hier im Hotel oder was ja damit könnten wir richtig Geld verdienen zack so was ey ich muss hier für jeden Block hier so hoch springen wie so ein ich weiß nicht was zack und zack und bang so alter irgendwie ok doch nicht ich mach mir mal ne Rüstung so pam 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 ah Brustplatte bringt gar nichts wegen der Elytra ne aber egal ich mach sie trotzdem mal du brauchst auch die Munze dann ausziehen immer ne ja das ist ein bisschen so alter Leute ich hab hier Survival Games Trick 64 gemacht wie man sich gleichzeitig eine Hose macht Schuhe und ein Helm zack boom bang Survival Games Trick 64 Leute ich glaub gleich warst du es dann auch mit der Folge so fürs erste dann dann ja würde ich bei mir auch sagen weil meine geht jetzt schon fast 30 Minuten wir wir haben uns hier etwas erbaut ein eigenes ein eigenes Imperium anstatt äh äh stopp so zack so zack so zack ich packe das mal hier alles in die Kiste rein so dann würde ich sagen dass die nächste Folge wahrscheinlich im Stream bei mir sein wird wo wir ein bisschen farmen und uns die ja sonst uns aufholen und ja ja also Leute das hier ist nur eine vorüber eine vorübergehende Basis ich werd diesem Loch nicht für immer leben aber irgendwann irgendwann verschwinde ich meine rumpelkammer hier werb ich dann einfach sowas rein und dann bin ich fertig ey 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 also Leute da würde ich mal sagen dann würde ich sagen das war's doch schon mit ihm ja haut rein bis zum nächsten Mal und haut rein machs gut und ciao alter oder 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 oder